ARD Text im Auftrag von Funk 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 Schau, da ist Victor. Hey, Victor! Hey! Angela, princess and heir to the throne of Altena. With a heavy burden dogging her steps, Angela grew up fatherless in the shadow of her mother's royal duties. Her childhood was extremely lonely. Instead of affection from her mother, it seemed all she received were scoldings. Though she knew that the queen had important responsibilities that kept the two from playing, that knowledge didn't stop Angela's frustrated tears. Starved for attention, the princess grew into a rebellious youth. She often acted out, playing pranks on members of the court. Though Angela became a renowned beauty, much like her mother, she remained woefully unable to wield the magic power of her bloodline. That lack of talent was never far from her mind. Ugh, I am so bored. Why does nothing ever happen around here? Wie sie schon läuft? Hm. Die hat doch keine Stärke, Alter. Wie zieht mir die was ab? Okay. Hä? Erkunde die Burg. Oh, scheiße. Ich dachte, ich kann da drüberspringen. Vielleicht können wir uns die zwei auch sparen und doch was mit anderen machen? Warte, da ist ein Statue. Äh... Also spielen wir vielleicht die Vergangenheit dann doch von unseren... Guten Morgen, Alter, wo halt? Necapitus kannst du nicht speichern. Oh, ja, da war ja was. Verdammt. Alles klar. Das heißt dann heute kein Persona. Warte mal, ich sollte mit der da hinten reden. Aber ist das nicht bescheuert, dass man nur Leute hat, die wo Magie benutzen? Ich meine, du brauchst doch eine gute Mischung. Warte hoher, Victor hat vorhin nach euch gesucht. Ähm... Der Typ hat mich doch gesehen. Und ich würd gern ein bisschen kämpfen. Da nicht lang, da reden wir noch mit jemandem. Dreh dich zurück, eure Hoher. Die Magier üben ihre Zauber. Tseh... Sollen sie doch. Sollen sie doch. Okay. Ist ja nicht so, dass jeder so ein riesiges Bett bräuchte. Ach, Befehl der wahren Königin ist das Betreten dieses Bereichs. Verberund zu sein darf. Hier niemand passieren. Alles klar. Dann halt nicht. Diese Musik erinnert mich auch an irgendeiner Stelle aus Secret of Mana. Die wahre Königin ist auf einer wichtigen Besprechung. Es geht um das Schicksal des Königreichs oder so. Natürlich ist auch der Pupor-Zauberer zugegen. Ich glaube, da wird ein Kriegsrat abgehalten. Äh... Okay. Meine Magie wird schwächer. Gehen wir andere Länder erobern. Der Krimson-Wizard trainiert die Magier mehr als immer. Ich hörte, dass einige verletzt wurden. Aber ich glaube, das ist einer der Gefahr der Krieg. Ich bin nicht sicher. Aber der Krimson-Wizard... ...mich wäre so stark wie ihre Majestätin, die Königin, jetzt. Oh... Oh... There you are! Your Highness! The Queen and her Advisor have called for you. I will wait for you in the gardens. Jetzt war es nicht mehr Zeit für DJust. Bitte, hurry your Highness. Alles klar. Dann halt wieder. Alter, wirst du mich jetzt verarscht? Ich bin doch nur in der Nähe. Können wir nicht irgendwie mit Kabelbon abkleben, wo man hin darf? Wenn wir beim Boden, wenn ich sie, nein, diesen Bereich darfst du nicht betreten, weil sonst sprechen wir nicht an. Das ist urgent! Ihre Majestät ist vorbereitet, unsere Truppen um die Valsena zu über dem Meer zu verletzen. Wir müssen zu ihr, Eure Hoheit. Eure Majestät. Ich glaube, dass du mich für mich schickst. Angela, lass mich erklären. Wie Sie wissen, wir müssen die Manastöne kontrollieren, um zu erhalten, zu dem Sanctuary zu erhalten. Das ist die Grund für unsere... ...Invasion. Lägen sagt, wenn wir die Energie der Manastöne in der Welt aktivieren, der Portal wird öffnen. Und wir müssen nicht die Lägen. Wir beginnen mit der Altenisch Manastöne. Wie können Sie das machen? Das ist ein Katalist, das wir brauchen, um die Manastöne zu verlassen. Was? Was? Aber... Aber Mutter... Du hast eine sinnvolle Blight auf meine Linie für viel zu lange, zu denken, dass meine Frau so stark und kraftvoll ist. Unter diesen Umständen... ...sacrificieren Sie sich für den Spell... ... ist der wichtigste Ende für meinen Heer. Jetzt komm, mein Kind. N-N-N-N-N! N-N-N! N-N-N! Sie ist weg! Hm... N-N-N-N! N-N! rất! N-n! Na und! 就會 wają wają an! U-Gee! Nächster! Und ihr müsst zusammen an den Ort Anyway desig eres! Da haben wir哪かった das Zeug Earnestys der Seite, Er крупzise habe ich den alsato Victorian in Australia godt getrunken... Oh. Wo? Ich bin außerhalb des Kastels. Aber... Warum würde meine Mutter... Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück, aber ich habe keine Ahnung, was zu tun. Wäre es nicht eine Stadt in den Osten? Das wäre vielleicht meine einzige Option an diesem Punkt. Ich habe eigentlich gewonnen, glaube ich. Okay, sie ist selber überrascht. Oh, das geht aber eigentlich mit dir. Aber ich würde jetzt sie mir das Hauptcharakter wollen. War gut, dass ich dann mit der angefangen habe. Schön mit Dreieck drauf eintraschen. Oh, ich habe gar keine Tochter. Warte mal. Ja, wir müssten vielleicht das auch mal machen, ne? Glück, Geist, Intelligenz. Ähm. Okay, Ausrüstungswerte... Oh. Aber wir haben ja noch keine Magie. Wir haben ja noch mal geblieben. So viele Blöcke. So viele Blöcke. Viele Blöcke. Neue Blöcke. erhalten immer zweimal einmal angriff drückt einmal in starken angriff haben sie hauptnissen weg weil man auch zu so einem umschlag und dann über muss ich aber ich frage mich gerade mir ist gesagt von eigentlich soll das nur eine kurze version sein oder eine zusammengefasste version von den geschehnissen stattdessen ist es aber eher eine lange version oder was denn hier los jetzt ab da ja ich weiß die heißen mümler und trotzdem sind es für mich poko pustelt es ist die schlafmusik es ist die schlafmusik aus secret of magna also wenn man halt übernachtet wird hier vielleicht dieselbe sein aber nur um es mal anzumerken natürlich ist es wie immer irgendwer findet sie und bringt sie nach hause oder irgendwo hin woher bin ich? woher bin ich? Oh, good, you're awake. My daughter found you in the snowfields. We brought you back to Ulrent. Please rest until you feel well. Chiri, look, our guest woke up. Yay! Can I play with her? Can I? No, don't bother her. But I'll play with you. Yay! Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo es hier rausgeht. Wo ist die Tür? Ach so, ich bin wo ober im Stockberg. Jetzt müssen wir erstmal wissen. Ist das eine Herberge? Scheibenbar. Ich denke, ich gehe für eine Rookie zu erhöhen. Das ist meine Mühle. Frau, ich weiß nicht was zu tun. Bitte, gebt mir die Gelegenheit. Hm. Sometimes people lose any last spark of hope and fall into the deepest despair. When that happens, you must go to Holy City Wendel and seek advice from his Eminence, the Priest of Light. The Priest of Light? To find your way through the darkness of despair, you will need a guiding light. Go to Wendel, child. That is your fate. Come on! This broad told me the same thing. Go to Wendel or whatever. All I asked was whether my next child was gonna be a boy or a girl. Ha! Er läuft doch bei dir, alter. Holy City Wendel, huh? I don't know what awaits me there, but I guess it's bound to be better than getting caught here in my own kingdom. I'll go. I mean, nothing could possibly be worse than staying cooped up in a castle. And if I learn how to handle my magic, maybe my mother will welcome me back. There's a chance, at least. Heart heavy with the Queen's rejection. Angela left Altena as a wanted criminal, with a price on her head. The Are you still moving? But tell me, stop. I'm still looking for a giveaway. It's time to talk about it like her. It's a way that she's getting stronger. That's all. I told you a story about it by the way. was für diese Reise war. I didn't realize then what's up with that wizard anyway? I mean, who is he? It's complicated. Years back, he couldn't use magic either like me. Our teacher Jose was at his wit's end, but then suddenly he was able to wield incredible power. Now the Crimson Wizard acts as the Queen's chief advisor, and to top it off, he doesn't even call me by my royal title. Can you believe that? It makes me so mad. An incredibly powerful wizard, huh? Well, I'm gonna be the best swordsman in Valsaina. He won't stand a chance. Oh, how silly of me. I've never asked your name. Duran, huh? Uh-huh. All right then. Lead on, Duran. Don't keep me waiting. Oh, warte, ich hab grad gewechselt. Ach so, ja, da war ja was. Oh, so impatient. Gib mir einen Moment. Ich werde die Barriere wegwerfen. Da, du solltest jetzt gut sein. Komm, komm! Komm, sag mir, dass da drin eine Statue ist. Ich wollte eigentlich nur ein Stündchen spielen. Teilweise habe ich überlegt, bloß eine halbe Stunde zu spielen. Jetzt sind's eineinhalb Stunden. Was irgendwie auch kein Fehler ist, weil Spaß macht's auf jeden Fall bisher. Kaskaden-Kaverne. Alter, die Goblins. Also, du bist hier alle auf dein eigenes Leben. Na, als Prinzessin Altaina. Ich habe trainiert. Ich nehme Monstern über die Altainischen Forces jeden Tag. In diesem Fall. Nicht so, wenn wir ein Problem finden. Es gibt alle da draußen. Du kannst mit mir kommen. Aber, ähm... Geh nicht in den Weg von meinem Tränen. Entschuldigung? spielen, um zu wissen, was bei denen so abgeht. Aber einer ist jetzt wie erfahren es hier, ne? Also bei der nächsten jetzt dann noch. Ich bin noch unschlüssig. Vielleicht schauen wir mal rein. Also gut, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.